Bevor das Video losgeht, nochmal eine Kleinigkeit in eigener Sache. Letzte Woche war ich zu Gast bei So Geht Comic in seinem Format So Geht Comic Will's Wissen. Video wird in der Endcard sein und unten in der Beschreibung. Wie es sich gehört. Und ja, er hat mich gebeten, ich solle jetzt ihr zwei Personen nennen, von denen ich mir eben das nächste Interview wünschen würde. Und ja, ich würde dementsprechend nominieren den guten Comicin und den guten Creighton. Über die beiden würde ich mich freuen, wenn da ein Interview zustande käme. Und ich denke, da stimmen mir auch einige zu. Und jetzt viel Spaß mit dem Weekly Cane. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Weekly Cane und Jeff Lemar und Netflix haben sich zusammengeschlossen, um die DC Vertigo Comic Reihe Sweet Tooth, welche ja von Jeff Lemar stammt, als Original für den Streaming Anbieter umzusetzen. Hierbei dürfte nochmal ganz interessant sein, wer für die Produktion zuständig ist. Und zwar Team Downey, die Produktionsfirma von Robert Downey Jr. und seiner Frau Susan Downey. Und ja, Robert Downey Jr. ist ja nun mal im MCU unser Iron Man. Und das ist ja schon eigentlich ein bisschen fremdgegend, wenn der plötzlich eine DC-Serie mitproduziert, obwohl er ja eigentlich das Gesicht des MCUs schlecht in ist. Die ist auf alle Fälle schon mal sehr interessant. Gleichzeitig lässt Panini gerade prüfen, ob sie eben Sweet Tooth nochmal neu auflegen, was cool wäre, denn ich habe die Serie nicht, bin da aber sehr neugierig drauf. Und Jeff Lemar ist nun mal ein richtig genialer Autor. Des Weiteren gibt es wieder einmal einen neuen Starttermin, also einen neuen Kinostarttermin für New Mutants. Und zwar soll der Film jetzt am 27.08.2020 erscheinen. Aber ich gehe davon aus, dass er noch 5, 6 Mal verschoben wird, denn das wurde er ja eh schon. Also ich glaube da noch nicht dran, aber das ist jetzt erstmal der angepeilte Starttermin. Ja, und dann kommen wir leider zu der nicht so schönen Corona-News der Woche. Und zwar die Comicserie Three Jokers, wovon die erste Ausgabe eigentlich am 17. Juni erscheinen sollte, wurde jetzt auf den 25. August verschoben. Ja, wenn man mal schaut, wie lange wir jetzt schon darauf warten seit dem Darkside-Krieg, dass wir endlich das erzählt kriegen, was es nun mit diesen drei Jokern auf sich hat. Ich denke mal, wir sind alle gespannt und ja, immer wieder, erst hört man ewig nichts davon und dann wird es ständig verschoben. Ist wirklich sehr schade. Ich bin halt wirklich saugespannt auf diese Serie. Ja, und dann durfte ich die Woche auch endlich wieder etwas mehr arbeiten gehen, was dann auch wieder bedeutet. Ich habe dann mich wieder auch mal im Bus hingesetzt und lieber gelesen und habe jetzt endlich X-Statics Band Nummer 2 durchgelesen. Und ich bin ja sowas von begeistert von diesem Band. Also der strotzt ja einfach nur sowas von reiner Sozialkritik. Wir haben hier zwei One-Shot-Stories und dann eine etwas längere Story drin. In der ersten Story kriegt das Team erstmal einen neuen Member und zwar El Guapo. Und ja, ich denke man erkennt es schon am Namen, südamerikanische Herkunft und er möchte das natürlich nutzen, um eben Geld zu verdienen. Was eigentlich ja alle Ecstatic-Mitglieder machen. Sie wollen ja den Fame abgreifen. Sie sind ja nicht einfach nur ein Heldenteam, sondern sie sind ja die Reality-Doku-Show-Superheroes. Und ja, er hat aber auch eine Freundin und die liebt er und natürlich will er die nicht betrügen und so weiter und so fort. Und was passiert am Ende? Liegt er mit zwei Prostituierten im Bett und wird dabei von Duke fotografiert, der das natürlich gleich an die Presse weitergibt. Und damit ist natürlich gleich der Shitstorm da, was natürlich aber eigentlich auch gleichzeitig wieder positive Werbung ist. Denn solange das Team im Gespräch ist, solange läuft es auch mit dem Team. Und das ist natürlich für El Guapo nicht so schön. Und ich fand dieses Story natürlich wieder so richtig genial, was eben der Fame aus den Leuten macht. Sie kommen mit ihren Überzeugungen dahin, sie denken, jo, ich bin ich, ich bleibe ich. Und dann beginnt es aber eben durch diesen ganzen Fame, durch die Partys und den Alkohol, den Drogen, das Abrutschen aus seiner selbst. Und im Endeffekt auch der Abstieg. Und ja, damit ist natürlich dann auch bestimmt keine Chance mehr für seine Beziehung zu sehen. Die zweite Story greift auch ein sehr, sehr interessantes Thema aus. Hier haben wir jetzt Death Girl als Hauptfigur. Oder zumindest als prägende Figur für diese Serie, die sich nämlich mit einem Fangirl rumschlagen darf. Die eben total auf Death Girl abgeht. Und Death Girl ist ja nicht nur die Superhändler, sondern nebenher ja auch noch ein viel gebuchtes Model. Und so schminkt sich das Mädel eben schon, genauso wie Death Girl läuft es rum. Ganz zum Unmut ihrer Mutter. Und möchte natürlich allen voran mit Death Girl vereins sagen. Und ja, dann darum auch so ein bisschen. Und ja, wir erfahren auch ganz schnell, dass da aber auch noch viel, viel mehr einfließt. Wir haben es jetzt hier nicht nur damit zu tun, dass wir hier eben diese klassische Heldenverehrung haben. Die dann eben auch dazu führt, dass man seinem Held, seinem Idol immer näher sein will. Und sowas wird hier eben aufgegriffen. Aber es steckt noch mehr darin. Und zwar eben auch familiärer Konflikt. Denn der Vater in dieser Familie ist Leichenbeschauer und eben auch nekrophil im Endeffekt. Und ja, seit seiner Tochter sich dann so schminkt, geht er eben auch total auf sie ab. Also es ist schon sehr heftig, was man hier so mitkriegt. Aber es zeigt eben auch diverse sozialkritische Aspekte. Und das fand ich auch wieder sehr nett. Die nächste Story ist wieder etwas länger. Das Team bekommt einen neuen Member. Eine junge Frau, die Empathin ist. Die aber scheinbar schon gestorben ist und wieder lebt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Am Ende lebt sie nämlich auch nochmal, wo sie zwischendurch auch nochmal stirbt. Das sind halt dann nochmal die Sachen, wo ich dann mit meinem Englisch wahrscheinlich überfordert bin. Aber ihre Empathie funktioniert nicht nur so, dass sie die Gefühle von anderen aufnimmt. Nein, sie kann auch selber eben die Gefühle von anderen beeinflussen. Und das merkt man eben auch sehr stark. Und dementsprechend ist sie nicht so gern gesehen in diesem Team, wenn man da eine Figur drauf hat, die eben alles mitkriegt, was so in der Gefühlswelt dieses Teams abgeht. Denn wir wissen ja, jeder ist ja ein Einzelspieler. Sie sind ja keine Teamplayer, sondern sie haben ja immer das Ziel, ich muss der sein, der in der Presse am meisten Beachtung findet, damit ich eben in den Umfragewerten stehe, damit mehr Spielzeug von mir produziert wird, damit mehr T-Shirts von mir produziert werden. Ich muss oben sein. Und dann passt das natürlich ziemlich schlecht, wenn da jemand dabei ist, der die Gefühle der einzelnen Figuren lesen kann. Ja, und das Problem ist, die junge Frau durch ihre Empathie steigt aber ziemlich schnell in der Gunst der Fans. Und dementsprechend muss sich das Team was ganz anderes einfallen lassen, um diesen Member wieder loszuwerben. Zusätzlich stellt sich aber nun auch heraus, dass der gute Teig, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, jedenfalls der Geldgeber des Teams, ja, ziemlich krumme Geschäfte gemacht hat, um eben die Ecsthetics zu finanzieren. Waffen an Saddam Hussein verkauft oder Drogenhandel in Südamerika. Und das kommt nun an die Presse und das baut natürlich auch Riesendruck auf das Team auf. Was natürlich auch gleichzeitig wieder das Ansehen des Teams in den Medien natürlich schmälert, was natürlich auch nicht so geil ist. Wir wissen, Fame, Fame, Fame. Wir brauchen immer Fame. Also auch nicht so geil. Und gleichzeitig taucht aber ein Typ namens Mr. Code auf. Ich meine jetzt Code wie Barcode, nicht Code wie das Ding im Stuhl. Der um sich herum eine Menge junger Leute sammelt, die einfach wahllos in Amerika Leute erschießen. Und Homeland Security ist damit überfordert und der neue weibliche, ich merke mir die Namen halt nicht, der neue weibliche Teammember der Ecsthetics wird daraufhin zum Leiter von Homeland Security und die Ecsthetics sollen sich nun darum kümmern. Worin die Ecsthetics aber eben auch die Chance sehen, das Mädel abzukatten. Ja, es passieren hier wirklich ein paar sehr heftige Sachen. Und ich muss sagen, gefällt mir. Wir haben auch wieder einen Verlust im Team und den werde ich jetzt mal spoilern. Und zwar die Figur Fett stirbt. Und Fett gehört ja gleich zwei Minderheiten an. Zu einem ist er übergewichtig, zum anderen ist er homosexuell. Und was das für eine Auswirkung hat, fand ich ja richtig genial. Also, wie gesagt, der stirbt. Und danach streiten sich die dicken Fanboys mit den homosexuellen Fanboys darüber, ob nun Fett in allererster Linie erstmal dick war oder homosexuell. Oder am besten war der Spruch der dicken Gemeinschaft. Seine Hormone haben ihn schwul gemacht. Aber Gott hat ihn fett gemacht. Geile Aussage. Ey, das war natürlich richtig geil. Boah. Das ist es halt. Wenn doch Minderheiten untereinander sich bekriegen, dann ist natürlich eh alles verloren. Also wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also ich finde, das hat natürlich auch was vom schwarzen Humor dann im Endeffekt. Alle wollen dasselbe, aber hey, wir akzeptieren die anderen trotzdem nicht, auch wenn wir dasselbe wie die wollen. Ist wunderbar. Ist wirklich, ich finde die Reihe wirklich richtig geil. Es ist schade, dass sie eben ja nur mit einem einzigen Band in Deutschland veröffentlicht wurde. Also noch nicht mal die X-Static, sondern die X-Force. Wir hatten ja zwei oder drei Bände X-Force und dann wurde es ja erst X-Static und die Serie ist neu gestartet. Das ist natürlich in dem Fall ein bisschen schade, weil der erste Band ist natürlich sehr träge. Es entwickelt sich alles noch und man hat eher nur das Gefühl, wir haben jetzt hier so ein Team, was eben nur sich selbst umbringt im Endeffekt. Klar, auch da steckt ja schon die Sozialkritik an den Reality-Doku-Soaps und der medialen Berichterstattung drinnen und auch ein bisschen über das Thema Fame. Aber es wird eben in der Serie halt später viel mehr verarbeitet, weil man dann eben mehr Offenheit, wie eben zum Beispiel, wenn Leute Desko versuchen nachzuleben, also zu kopieren und sich daraufhin selbst das Leben nehmen. Solche Sachen. Das geht dann eben erst wirklich viel, viel später. Oder wenn man dann eben auch aufbaut, was Ruhm mit den Leuten macht, wie in der El Guapo-Story. Das ist natürlich wunderbar inszeniert. So, dann habe ich gelesen, Spider-Man Nummer 17. Hier geht nun die absolute Carnage-Story rund um Spidey zu Ende. Werde ich jetzt nicht weiter spoilern, aber auch hier haben wir, wie in der letzten Ausgabe, immer wieder diesen Moment, der noch vor der Befreiung von Norman Osborn spielt, wo eben Kinrad mit Norman sich unterhält. Und während ich das gelesen habe, wurde bei mir der Verdacht immer mehr gefestigt, wie beim letzten Mal ja auch schon mal eine neue Vermutung war, dass vielleicht Gwen Stacy Kinrad ist. Finde ich mittlerweile wirklich immer plausibler. Auch Onkel Ben war möglich. Vor allem eben durch den Namen Kinrad Blutsverwand. Da würde ja nun Gwen Stacy nicht ganz so reinpassen, aber so von diesem gefühlsmäßigen Aufbau, der hier stattfindet, würde es eben auch mehr zu Gwen passen, als zu Onkel Ben. Aber hinten haben wir ja immer das Netzwerk, also den Infoteil. Und da wird natürlich auch heftig über Kindred spekuliert und auch hier fällt Gwen Stacy und Onkel Ben und noch ein paar ganz andere Figuren. Ich möchte eine Figur hervorheben, die ich bisher gar nicht auf dem Plan hatte, weil sie für mich am abwegigsten einfach erschien, aber hier nach für mich logisch ist. Also wer das jetzt, diese Vermutung nicht hören will, aber das Comic-Code liest sie es ja eh durch. Und zwar wird hier vermutet, dass es vielleicht die gute Mayday Parker ist. Also Peter und MJs Tochter. Und das ist ja nach wie vor eine sehr interessante Geschichte um Mayday. Denn das Kind wurde geboren und angeblich tot. Wir wissen aber, dass einmal die Geburt durch den grünen Kobold verfrüht angesetzt war. Wir wissen, dass der Arzt geschmiert wurde vom grünen Kobold und dass eine Krankenschwester irgendwas dann aus dem Kreißsaal mitgenommen hat und sich damit eingeschüfft hat. Dann tauchten irgendwann die Skrills auf oder wie die heißen, diese weißen Maskentypen, haben dieses etwas, was die Frau hatte, was vermeintlich ein Baby war, weil die das Ding in einem Babybett hatte, aber dann war da auch mal eine Katze im Spiel. Sehr kompliziert halt. Jedenfalls haben die Skr das Ding an sich genommen. Heißt nicht Skr, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die das an sich genommen und die gute Alison, die ist die Frau, glaube ich, getötet. Und dann kam mein Namensvetter, der gute Kane und hat es wiederum von den Skrs gerettet. Und danach war Kane nie wieder gesehen. Und dann kam One More Day, wo ja die ganze Vergangenheit umgeschrieben wurde. Sprich, Mary Jane und Peter waren nie verheiratet. Dementsprechend ist es auch nie zu einer Geburt eines Babys gekommen. Und das änderte natürlich alles. Und darum hat sich natürlich May Day für diesen Fall überhaupt gar nicht auf dem Plan. Was ist aber, wenn sie damals halt, wie ich es immer vermutet habe, wirklich geboren wurde und durch diesen Deal mit Mephistos ihre ganze Existenz ausgelöscht hat, mehr oder weniger, sie jetzt in einer dämonischen Zwischenform existiert und nun Rache an ihren Eltern will. Oder vor allem an ihren Vater. Finde ich gar nicht so abwiegig. Das würde auch noch mehr auf, naja, nicht noch mehr, sondern genauso auf dieses Gefühlsthema, was eben Kindred da mit Norman durchkaut, passen, wie eben auch Gwen Stacy. Bleibt aber natürlich dann die Frage, wenn es nun May Day ist, wie sie schon von Anfang an sozusagen die Geschicke der Schurken leiten konnte, weil der grüne Kobold, äh, nicht der grüne Kobold, äh, der Kingpin, hat ganz sicher nicht Angst vor einer Figur, die aus seiner Sicht vielleicht vor fünf Jahren erst aufgetaucht ist, wenn er schon seit zehn Jahren Gangsterboss ist. Ne, da hat Kindred da keine wirkliche Rolle gespielt. Das ist halt dann immer noch die große Frage hinter allem, diese Zeitabläufe. Ne, es würde aber auch generell zu Nick Spencers Erzählrhythmus passen, denn er versucht ja eben diese alte Beziehung zwischen Peter und Mary Jane aufleben zu lassen, die wir ja in den 90er Jahren hatten. Das versucht er ja wieder aufzubauen und dementsprechend würde das Baby, das Kind, da eigentlich auch saugut reinpassen. Ja, ansonsten ist hier noch ein weiteres Absolut-Tarnage-Teil in drinnen, aber diesmal Absolut-Tarnage-Symbiot-Spiderman, ähm, wo wir uns erst mal in der Vergangenheit befinden, ne, und das ist wirklich interessant, denn, ähm, nachdem sich ja Peter, ne, seinerzeit vom Symbionten losgelöst hat, ne, war ja der Symbiont, äh, im Baxter-Building, oder war es das Four-Freedoms-Parzer, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls im einen der beiden war er dann ja, äh, gefangen, ne, und brach ja irgendwann aus. Und dann darauf hat er in der, in der, äh, nächsten Seitengasse einen Mann anbefallen und diesen erstmal kurzfristig als Wirt benutzt, um dann eben irgendwann seinen optimalen Wirt zu finden, ne, ähm, und genau um diese Person dreht es sich jetzt in dieser Geschichte, denn es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann, äh, ein Richter war, ne, und der irgendwann mal ganz falsch abgebogen ist. Fand ich wirklich geil vom Erzählrhythmus. Das hat mir richtig Spaß gemacht, ne. Dann Avengers Nummer 17. Endlich mal eine Ausgabe, wo ich nicht über die Zusammenstellung der Hefte mecker. Gut, bei der letzten war auch eine Recher-Story drin, aber die Recher-Story war scheiße, ne. Ähm, ja, ähm, wir bekommen hier jetzt erstmal wieder eine kleine Urzeit-Story erzählt, ne, und zwar, äh, erfahren wir jetzt, wo die Figur Starbrand herkommt, also generell, der erste Starbrand und eben was für eine Wirkung das auf, äh, spätere Helden hatte, ne, die dann ja auch Starbrand werden, ne. Ähm, ist auf jeden Fall erstmal interessant, die große Frage ist ja, was Nick Spencer, nicht Nick Spencer, das ist ja jetzt der andere, Jason Aaron, äh, Jason Aaron da mit den Urzeit-Avengers so plant, denn ich denke, das wird wirklich das große Ding innerhalb dieses Runes und da bin ich halt wirklich auch gespannt, aber eben die Veröffentlichung von Panini stört mich und ich weiß, es stört viele, ich habe jetzt schon von vielen gehört, sie, äh, canceln die Heftreihe und werden dann nur noch die Sammelbände sich holen, ne. Und ansonsten haben wir hier jetzt auch ein absolut Carnage-Tie-In, äh, äh, drin, ähm, ähm, welche sich jetzt mit den Figuren aus Carnage USA weiter beschäftigt, also den Rechern, die damals bei Carnage USA, äh, karnifiziert wurden, ne, was auch nochmal richtig geile Story war, ne, äh, und hat mir auch richtig Spaß gemacht, aber eben der Zeichenstil hätte ein bisschen an damals angepasst werden können, ne, war aber sonst eine coole Ausgabe, ne, und, ja, die Ausgabe hat mir wirklich soweit richtig Spaß gemacht, so. Und über den Rest, der jetzt kommt, werdet ihr alle abkotzen, denn, ich habe jetzt nur noch ein Thema gelesen, pfff, äh, äh, ja, ne, ich zeige es gleich rein, dann wisst ihr, was abgeht, es kommt dann nichts anderes mehr, ne, ich habe Naruto Band Nummer 17 gelesen, Band Nummer 18, also reguläre Veröffentlichung, ne, dann, äh, wo sind wir jetzt, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, und abschließend 37. Ich versuche es jetzt alles auf ein Minimum runterzubrechen. So kurz wie möglich, ich versuche überhaupt nirgendwo tiefer einzugehen. Naruto und Hiraiya suchen Tsunade, den zukünftigen 5. Okage, der auch medizinisch begabt ist. Denn es gibt einige Schwerverletzte in Konoha Gakura, die nur von Tsunade geheilt werden können. Darunter Rock Lee. Gleichzeitig taucht die Geheimorganisation Akatsuki auf, die die sogenannten Bijugaster suchen. Die Fuchscaster, wovon Naruto ja auch einen in sich hat. Und zu diesen gehört eben auch Itachi, Ushia, Sasukes Bruder, wovon Sasuke auch erfährt. Und Sasuke hat noch eine Rechnung mit Itachi offen. Und Orochimaru ist wiederum auf der Jagd nach Tsunade, weil der dritte Hokage seine Hände unbrauchbar gemacht hat. Und die braucht er, um Jutsus zu benutzen. Nach diesem Arc dreht es sich erstmal ausschließlich um Sasuke. Sasuke hat gegen Itachi verloren und kriegt ein unwiderstehliches Angebot von Orochimaru gemacht. Um stärker zu werden. Und dieses nimmt Sasuke an und verlässt das Dorf. Woraufhin Naruto und einige andere Genen zusammen aufbrechen, eben Sasuke zurückzuholen. Dabei haben sie es aber mit sehr, sehr schweren und starken Gegnern zu tun. Danach erwartet uns ein kleiner Timeskip von zweieinhalb Jahren, die Naruto zum Trainieren benutzt hat. Denn laut Jiraias Informationen braucht Orochimaru nun drei Jahre, bis er Sasuke für seine Zwecke missbrauchen kann. Und Akatsuki beginnt ihren Angriff auf die Bijuu auch erst in drei Jahren. Das passt also, wenn man zweieinhalb Jahre trainiert, hat man noch ein halbes Jahr zum Kämpfen und zum Vorbereiten gegen die Gegner. Aber Akatsuki wird auch direkt aktiv, nachdem Naruto endlich zurück nach Konoha Gakure kommt. Aber Akatsuki greift nicht Konoha an, sondern Zuna Gakure und greift Gaara an. Der ja den Ichibi... Genau, Ichibi. Ichi 1B für das Bijuu. Genau, Ichibi hat den einschwänzigen Fuchs. Und Gaara ist mittlerweile Katzekage und das verursacht dann natürlich richtig Chaos, wenn Akatsuki angreift, den Katzekage entführt und Zuna sozusagen komplett kopflos dasteht. Und Naruto möchte natürlich Gaara sofort helfen, denn die beiden haben ja ein ähnliches Schicksal. Aber über die Entführung von Gaara bekommt Narutos Team auch Informationen über Orochimaru. Und brechen nach diesem Kampf auf, um Orochimaru zu stellen. Und dann greift endlich Akatsuki richtig durch und schnappt sich einen Bijuu nach dem anderen und trifft damit auch auf Azuma, dem Teamleiter vom Team von Shikamaru, Ino und Koji. Und lässt sein Leben, woraufhin Shikamaru und sein Team aufbrechen, Rache zu nehmen. Und genau da stehe ich jetzt. Oder ob er sagt, am Ende dieser Storyline noch ein paar Kapitel, dann ist das durch. Jetzt habe ich natürlich richtig durchgezogen, habt ihr gemerkt, weil ich habe jetzt alle Bände da. Also sprich, ich bin ja dann umgestiegen auf Massiv mit Massiv 18 und habe jetzt bis Band 24 alle da. Und da habe ich mir gesagt, so jetzt kannst du durchziehen, brauchst keinen Break mehr. Und dann habe ich auch durchgezogen. Und es ist ja auch so, das Ding ist eben wirklich sauspannend. Du willst halt immer wissen, wie es weitergeht. Und dementsprechend habe ich voll durchgezogen, obwohl ich ja eigentlich noch richtig geile andere Sachen auf dem Lesestapel habe. Wie den dritten Fullmetal Alchemist Band, Quedalry Century Boys, die beiden Black Widow Bände. Nightwing und Deadpool vs. Black Panther habe ich ja auch noch hier liegen. Und ich habe die Neuauflage von Civil War aus der Hachette Sammlung, die wieder mal anders verteilt ist als die Heftserie. Aber ich wollte da jetzt erstmal durchziehen und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt trotzdem nochmal irgendwas anderes zwischenziehe. Aber ich bin halt wirklich total begeistert vom Rhythmus. Und es gibt dann auch immer mal wieder so richtig geile Szenen. Und die möchte ich auch mal euch zeigen, was ich so geil an Naruto finde. Ist diese Szene immer ein und dieselbe Stelle aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Das sehen wir ganz, ganz oft bei Naruto. Und das ist so richtig, richtig geil, finde ich immer. Oder was auch immer richtig cool ist, wenn die Erde bebt bei Naruto. Denn wenn du das liest, hast du auch wirklich das Gefühl, als würde vor dir die ganze Seite beben. Das ist eine richtig geile Technik, die Nasashi Kishimoto da anwendet. Also diese beiden Kniffe im Zeichnerischen finde ich immer richtig, richtig geil. Ich finde es auch schön, dass Sakura dann eben mit dem Time Warp auch ein bisschen mehr Screentime und mehr Kraft bekommt. Und dadurch auch mehr Rolle. Ich hoffe, es bleibt so. Weil jetzt ist sie wirklich eine Naturgewalt und ist nicht mehr die, die unbedingt beschützt werden muss. Und dementsprechend hoffe ich, dass das halt so bleibt. Weil Kishimoto weiß man das halt nicht so gut einzuschätzen. Weil er hat wohl Probleme mit weiblichen Charakteren. So, und damit sind wir für die Woche durch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss Leute!